Für Google ist Zürich bereits heute der größte Forschungs- und Entwicklungsstandort außerhalb der USA. Unser Standort hier in der Stadt Zürich entwickelt für die ganze Welt Schlüsseldienste wie die Google Suche, Google Maps oder YouTube erfolgreich weiter. Dabei profitieren wir von der Nähe zu den exzellenten Hochschulen in der Schweiz. Ich heiße Patrick Wanking und bin Country Director von Google Schweiz. Meine Familie kommt aus der Schweiz und aus Deutschland. Bereits als Kind habe ich viel Zeit in der Schweiz verbracht. Meine Frau, unsere fünf Kinder und ich, wir lieben die Schweiz. Besonders schätzen wir die wunderbare Natur und die hohe Lebensqualität. Auch meine Kolleginnen und Kollegen bei Google, derzeit aus 85 Nationen, lieben die Vorzüge des Standorts. Die sehr gute Administration, die innovativen Unternehmen und die sehr guten Bildungseinrichtungen. Das sind sehr wichtige Erfolgsfaktoren, um Talente anzuziehen. Wir freuen uns, den Forschungs- und Businessstandort Zürich weiter auszubauen. Es bleibt mega spannend, dafür die besten Talente aus der Schweiz und der Welt nach Zürich zu holen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020